Hallo Leute, mein Name ist Marty, herzlich willkommen zu meinem heutigen Yu-Gi-Oh! Unboxing. Heute habe ich für euch Shadows in Valhalla. Wir haben natürlich hier wieder sehr viele Holo-Karten mit drin, aber freut euch schon mal drauf, denn das Vorlesen einiger Namen wird hier wahrscheinlich komplette Katastrophe. Wenn ich sonst schon immer Probleme habe, heute geht es komplett gegen Baum. Also da lohnt sich doch das Einschalten. Ja, die Valkyren steigen herab, so steht es auf jeden Fall auf diesem Set drauf. Wir haben hier noch die erste Auflage, ist Ende letzten Jahres rausgekommen. Und generell muss ich aber sagen, dieses Deckthema an sich, diese ganzen Valhalla-Geschichten, diese ganzen Wikinger-Geschichten und sowas, die Asen und so weiter, das geht eigentlich klar. Also das ist ein cooles Deckthema. Auch wenn ich jetzt direkt keinen Deck davon habe, aber eigentlich finde ich das, wenn man da was richtig cooles aufbaut, schon ziemlich nice. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was wir hier heute Schönes rausziehen. Wir haben hier ein sehr schönes Design mit einer Dame, die auf einem Pferd sitzt. Und das ist aber eine Monsterkarte, das ist jetzt keine Figur aus der Serie oder sonst irgendwas. Juri, dann schauen wir mal hinein und finden 24 Booster mit jeweils 5 Karten. Und diese sind auch noch anständig, das heißt anständig in Holo. Wir haben also wieder viel zum Einsortieren. Und ja, ich bin gespannt, was wir jetzt Feines aus den Boostern zaubern. Was hier natürlich wieder so eine Sache ist, ist natürlich neben den beiden Monstern, die hier auf dieser Verpackung sind, also unser Ziel, ist hier natürlich auch wieder die gute Aschenglüte, die auch in diesem Set hier ist. Das heißt, wenn wir die hier ausziehen, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache. Haben wir also schon mal ein Ziel für heute, Dämmerungs-Ninja-Jogen. Oh, Schlagninja, der ist aber auch schon älter, aber nicht schlecht. Dritte Walküre, geht klar, dringende Ritualkunst und Ninja-Zukunst der Wunderverwandlung. Sieht schon mal sehr nice aus, kann man sich mal geben. So, dann nehmen wir mal hier die Super-Rare und die Secrets nebeneinander. Und weiter geht's. Akasha, Magier. Cyber-Finsternis, Einschlag. Nebeltal, Goldadler. Nixen-Rüstung, Abyss, Lid. Und altes Wesen, K'tunga. Kut-Gua, alter. Es geht schon los, aber gebt euch mal das Ding. Das, äh... Okay, da weiß man zwar nicht, wo oben und unten ist, oder? Aber, äh, nice. Synchro, Karte, ja. Insecretware. Kann man machen. Großmeister-Hanzung. Wieder den Schlag-Ninja. Ninja des Weißen Drachen, auch sehr schön. 2-7-Angriff. Könnte ich sehen lassen. Nixen-Rüstung und Portal zum Chaos. Ja, okay. Wie gesagt, eure Aufgabe ist wieder, mir in die Kommentare zu schreiben. Alter, du hast die und die Karte drin. Die ist richtig gut. Äh, da kann man das und das machen. Das ist wieder eure Aufgabe für heute. Elementar-Held, äh, Chaos-Neos, auch sehr schick. Den haben wir auch schon. Zweite Valkyra hatten wir, glaube ich, auch schon. Rüstungs-Ninja zu Kunst des Rostnebels. Und als Secret-Ware, oh, Zwillings-Twister. Nicht so schlecht. Geht ab 2,50 Euro. Ja, kann man mal machen, ne? Nicht so scheiße. So, Neo-Weltraum. Flares Grab. Nochmal ein Chaos-Neos. Gelber Ninja. Auch sehr nice. Streitwagen des Glücks. Und äußeres Wesen. Azathoth. Thoth mit einem Stimmen-T. Okay, auch hier. Wo ist hier oben und unten? Keine Ahnung, da unten könnte ein Auge sein. Und was auch, das könnte ein Maul sein. Also, ziemlich creepy, das Vieh. Aber ja. So, da geht's. Orakel der Göttin Skull. Magischer Pflanzer. Den Gold-Adler hatten wir auch schon. Den gelben Ninja auch schon. Oh, Alistair, der Beschwörer. Grüße an Alistair Black. Gehen hier raus. Sehr schick. Habe ich auch schon mal aus einem anderen Set gezogen. Nicht schlecht. Es gibt aber noch einen Alistair. Als Link-Monster. Den hatten wir auch schon. Oh, Elementar-Held Neos. Oh, der gefällt mir jedes Mal. Der ist aber auch geil. Hatte ich den in diesem Artwork schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe immer überlegt, ob ich mir den nochmal gönne. Aber der ist wirklich cool. Als Super-Rare hier. Ja, gut. Hat wahrscheinlich auch nur emotionalen Wert. Win, Jaden und sowas. Aber das finde ich schon wirklich cool. Der ist wirklich geil. Goldenes Bambus-Schwert. Und Magma-Neos. Vintex-Eisglocke. Die hatten wir auch schon mal aus einem anderen Set gezogen. Wenn ich die kenne, dann ist es entweder Nostalgie-Karte oder wir hatten die schon mal aus einem anderen Set. Anders kann es nicht sein. So, den Streitwagen hatten wir auch schon. Hochgeschwindigkeitsreuth. Kanbara. Ninja. Führung der Göttin. Verbande. Und L-Schattenpuppe. Winda. Okay. Ja. Na ja. Na ja. Geht klar. So, weiter geht der Spaß. Beschworener, beschworener Megaba. Auch der kommt mir irgendwie bekannt vor. Goldener Emporkömmling Ninja. Elemental Magma-Neos. Orakel der Göttin's Gold. Und Portal zum Chaos hatten wir auch schon. Link zum Display ist übrigens wieder in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne gönnen. Ninja des Roten Drachen. Auch sehr cooles Artwork hier. Nicht schlecht. Der Visionsheld Trinity. Oh yeah, Freunde. Da ist sie doch, die gute Aschenblüte. Da haben wir sie rausgezogen. So gefällt mir das. Obwohl, ich muss mich mal hier kurz outen, ja. Ich bin kein kompletter Riesenfan von dieser Karte. Also, ich verstehe ganz ehrlich noch nicht so 100%. Warum ich die in meinem Deck haben sollte. Aber, der Hype um sie ist einfach übelst gut gemacht. Dass man sie erstmal so krass einschränkt. Und dann immer nur nach und nach hier und da mal reinpackt. Ähm, finde ich halt wirklich sehr, sehr cool. Wie gesagt, es ist selbst in diesem Set hier noch die seltenste Karte. Äh, geht ab 9 Euro. Beziehungsweise, vielleicht nicht unbedingt die seltenste Karte. Aber die, ähm, teuerste Karte in diesem Set. Und, äh, ja. Ich meine, du kannst damit, wenn du die von der Hand schmeißt. Es ist halt, ich verstehe schon den Effekt und so. Du kannst den Gegner hier ordentlich blocken. Aber im Endeffekt, weiß ich nicht. Ich bin mir immer wieder unschlüssig, ob die was ist. Äh, goldenes Bambusschwert haben wir nochmal. Und äußeres Wesen Nihala. Das sind echt creepy Fischer, ey. Gebt euch das mal. Das ist nicht schön. Also, da kriegt man ja Angst. Das heißt, theoretisch, wenn wir die jetzt als Super-Rare gezogen haben, könnte es sogar sein, dass wir die nochmal ziehen. Ähm, den hatten wir auch schon. Rüstungs-Ninjitzu-Kunst der Alchemie. Damit halt Chaos, Neos. Okay, auch schon. Verborgenes Dorf. Äh, der Nihitzu-Kunst. Hier habe ich, äh, immer noch einen Tab offen an meinem, ähm, an meinem PC. Und zwar vom geheimen Dorf der Hexer. Das ist eine Karte, ähm, wo ich jedes Mal überlege, ob ich mir die mal gönnen sollte. Ich glaube, die passt ganz gut in mein, ähm, in mein Magier-Deck. Deswegen, äh, kommt mir jetzt gerade so gelegen hier wegen diesem, äh, weil es jetzt auch ein bisschen Ähnlichkeit hat. Also, Geheimnis-Dorf der Hexer. Falls ihr die rumliegen habt, ähm, ja, schickt sie mir gerne rüber. Kann ich gut gebrauchen. So. Oh, der Letzte. Er will nicht. Er hält nur jetzt. So. Weiter geht. Oh, wieder Neos, ey. Ist immer wieder geil. Sorry, aber ich finde ihn immer wieder geil. Also, Elementar hält Neos, zweite Walküre, Nixenrüstung, dringende Ritual-Kunst und Alistair, Alistair, der Beschwörer des Wahnsinns. Das ist genau das Linkmonster, was ich vorhin schon angesprochen habe. Zweit preisintensivste Karte und damit wahrscheinlich auch die, ähm, ja, seltenste Karte in diesem Set. Das heißt, da haben wir schon mal echt was gut gemacht. Ähm, das gefällt mir also schon mal soweit. Äh, cooler Typ auf jeden Fall. Cooles Artwork. Sehr schick. Kann man machen, oder? Kann man mal machen. Auch wenn ich immer noch nicht im Link bin. Kann man okay. So, wen brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Äh, Ninja Großmeister Seizu. Das ist der, der hier hinten drauf ist, auf der Verpackung. Und das hier ist, äh, Walküre Brunhilde. Die hätte ich gerne noch. Die beiden. Mal schauen, ob das klappt. Zweite Walküre. Verdikt, äh, der Göttin Urd. Magische Schmelze. Führung der Göttin Verbande. Und Altes Wesen. Ich probiere es am besten gar nicht erst wieder. So, Cyberfinsternes Einschlag. Dritte Walküre. Neo-Weltraum Flarescarp. Und Neo-Weltraum Glossmoors. Und Schattenpuppenfusion. Auch nett. Oh, geht. So, ein bisschen was haben wir noch, Freunde. Äh, äh. Ninja des Roten Drachen. Großmeister Hanzo hatten wir auch schon. Fortgeschrittene Finsternis. Äh, die Göttin hatten wir schon. Und die Eisglocke hatten wir auch heute schon. Immer diese doppelten Auftritte hier. Den Goldadel hatten wir schon. Die Ninjutsu-Kunst der Super-Transformation. Okay. Dringende Ritualkunst. Erste Walküre. Und da, äh, ist sie das? Nö, ist sie gar nicht. Sieht ein bisschen so aus. Ähm, aber das ist noch nicht das Cover-Monster. Noch nicht. Noch nicht, Freunde. Aber, äh, die hier vielleicht. Nein. Auch das hatten wir schon. So, Magma-Neos. Äh, magische Schmilze. Äh, äh, fortgeschrittene Finsternis. Nixen-Rüstung. Abyss-Toys. Und, nice. Edelstein-Ritter. Seraph-Nix. Seraph-Nix. Auch sehr schick. Schönes Fusions-Monster. Kann man mal machen. Ist jetzt zwar nicht die seltenste Karte überhaupt. Aber, oh. Zumindest nicht noch wieder eine doppelte. Super-Transformation. Omega-Beschwörung. Magische Schmilze. Rotnebel hatten wir schon. Portal zum Chaos. Schon das dritte Mal. Naja. So. Kunst. Oh, Ninja zur Kunst der Verwandlung hatten wir, glaube ich, noch nicht. Trinity hatten wir schon. Großmeister Hanse hatten wir schon. Und den hatten wir auch schon 5000 Mal. Und schon. Die gute Brunhilde. Sie will's doch auch. Der Ninja des Weißen Drachen. Omega-Beschwörung. Göttin-Ord. Und. Ach. Jetzt kommen wir zweimal hintereinander oder was. Ist ja auch gut. Okay, Freunde. Wir gucken mal. Vier Booster haben wir noch. Vier Booster. Come on. Da muss was gehen. Daumen nach oben für mehr Glück. Ich brauche das. Ihr kennt meine Videos. Ich brauche Glück. Ähm. Magische Pflanze. Okay. Dann auch schon. Nächsten Rüstung. Abyss Megalo. Und nochmal das Dorf der Nier-Zukunst. Okay. Noch drei. Freunde. Noch drei. Alchemie hatten wir schon. Mega Beschwörung. Findest du in das Einschlag? Trinity. Und. Ey. Das ist ja jetzt wohl ein Witz oder was? Also. Erst kommt dir die ganze Zeit nischt. Dann kommt der hier dreimal hintereinander. Zwischen Arschen. Also. Was geht denn da ab? Ja moin. Okay. Zwei haben wir noch. Die Hoffnung ist da. Die Hoffnung ist da. Der Grand Master. Seizou. Oder. Die Walküre Brunhilde. Schauen wir rein. Super Transformation. Magier hatten wir schon. Ninja Jugend. Und jetzt. Oh. Den hatten wir auch noch nicht. Gelber Drachen. Ninja. Auch das sieht übelst nice aus. Ey. Das sind doch mal geile Artworks hier. Das ist doch mal richtig geil. 3000 Dinosaurier. Ist klar. Kann man mal machen. Also. Sehr sehr schick. Aber. Eigentlich nicht was ich wollte. Aber. Irgendwie gefällt mir das irgendwie schon ein bisschen besser. Und wir haben. Das letzte Booster. Aus. Shadows in Valhalla. Naja. Komm. Valchüre. Brunhilde. Hätten wir gerne. Glossmos. Abys Megano. Erste Valchüre. Ist ihn nicht. Okay. Skullt. Und jetzt. Freunde. Die Spannung steigt. Oh. Der Großmeister. Seizu. Zumindest er. Ist am Start. Hier haben wir das nochmal. Im direkten Vergleich. Da sehen wir das auch. Ähm. Ist auf dem Cover. Und. Äh. Jetzt auch. In unserem Besitz. Allerdings. Ist die Valchüre. Brunhilde. Nicht. Teil des Ganzen gewesen. Aber Freunde. Es gibt Schlimmeres. Da war auf jeden Fall wieder. Mal. Sehr schönes. Dabei. Was auch immer das sein sollte. Ähm. Ja. Aber. Äh. Das gefällt mir schon mal. Ganz gut. Wir hatten den Alistair drinnen. Oder beide Alistair. Wir hatten. Äh. Auch die gute. Aschenblüte drinnen. Also. Das geht glaube ich schlechter. Jetzt ist natürlich wieder die Frage. Was ist hier gut. Was ist schlecht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten. Äh. Danke euch fürs Einschalten. Abo da lassen. Für mehr Yu-Gi-Oh! Und ansonsten. Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns dann. Auch dran. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.